Ok, eine Runde! Ja! Einfaches Essen! Was Einfaches! Was Einfaches ist? Was Einfaches ist? Oh nein, ähm... Das wird glaub ich nicht einfach. Ähm... Schnell ihr müsst was raushauen. Na das ist viel zu schwer. Das ist das, das dauert viel zu lange. Äh... Gnu in dem Fummel? Was? Oh mein Gott. Das ist eine geile Idee. Sooo... Nee, warte. Wie? Ich versuch jetzt... Man Fischi, wir haben uns aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Das ist scheiße. Oh... Mein Bild ist traurig, warum er das gemacht hat. Ok, das... Es wird sehr minimalistisch. Ich kann das nicht malen. Oh mein Gott. Mit Strichmännchen geht's dann doch ein bisschen schneller. Ja, ich muss auch Strichmännchen machen. Mit Strichmännchen. Ok, ähm... Ich bin verstört von dem, was ich hier zeichnen musste. Oh, oh, oh... Also... Ähm... So was? JET! Oh mein Gott, I'm so sorry! Oh, come on! Oh shit, das ist... Was ist das? Oh, das ist aber ein geiles Bild! Das ist aber ein geiles Bild! Das ist aber ein geiles Bild! Wer soll das sein? Wer sollen die denn sein? Hahaha... So was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Das kann ich nicht zeichnen! Wie sieht der Papst aus? Ich kann das auch nicht zeichnen, Leute! Ich zensiere! Ist da nicht so'n Hut oder so? Ach ne, doch, der hat so'n Hut! Der hat so'n Hut! Oh, das ist gemein! Ist auch lustig, aber ist auch gemein! Äh... 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 Ohhhh... Kann ich euren Stream, äh... kurz zensieren? Ausmachen! Oh, ich hab die Hörner vergessen! Oh nein! Ich hab noch versucht zu zensieren! Oh nein! Da fehlt noch jemand! Oh Gott! Oh Gott! Du hast ihn nicht vergessen! Äh... Äh... Becky? Oh Gott! Süß! Die Zeichnung ist so süß! Ich hab die Hörner vergessen! Die Zeichnung ist so süß! Was ist das denn? Alter! Wer war das? Scheiße! Das wird schwierig! Hm... Hahaha! Oh mein Gott! Wie ist das so da? Wie ist das so aus? Wieso? Sie hat jetzt hier eine Bombe in der Hand! Oh mein Gott! Ich hab's für euch zensiert, okay? Ich weiß nicht, wie das genau aussieht! Ich weiß nicht! 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 Alle Zeichnungen mit Feuer haben mit Maser zu tun! Schön! Schön! Oh nein! Ich hab nicht fertig! Mein Gott! Oh wie cool! Was ist das denn? Oh Lara, du hast es so schön gemalt! Oh Mann! Was ist das denn? Oh Mann! Da Lara kann Matteo einfach so gut malen jetzt in Sane! Oder ist das denn Spahn? Scheiße! Kein Plan, ey! Oh! Ich konnte es nicht mehr erzählen! Okay! Boah! Das war meine schlechteste Runde, glaube ich! Vielleicht müsst ihr zensieren gleich bei einem Bild! Ich hab Angst, was jetzt kommt! Ist doch nicht schlimm, Leute! Es sind doch keine Liebe! Lara und Nu beim warten! Oh süß! Oh ja, geil! Süß! Süß! Nein, das waren Ohren! Und alle haben gesagt, wenn ich Katzenohren zeichne, dann denken alle, es ist ähm... Oh nein! Der Tanga! Der Tanga! Nice! Oh süß! Oh süß! Geil, wie der rausguckt! Oh süß! Nu ist vor Lara gewartet in Among Us! Schön, dass Anis erkannt hat! Voll gut! Es gibt Tanga! So süß! Tanga! Tanga ist dabei! Tanga ist dabei! Tanga ist dabei! Gott schön! Wie genug bei Among Us wanted! Coolt! Coolt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ein paar Leute vergessen, aber... Übrigens ne mega gute Idee! Ja, also wir sind einer mehr, aber ihr müsst... Ihr könnt selber entscheiden, wen ich vergessen hab! Oh Gott! Man weiß es nicht genau! Fischi, Anni, Lara, Mal, Luna, Juhu und Matteo machen einen Gruppentot! Oh nein! Anni, wir haben die Bezune, dass ihr aufzählt! Ja, ist so beleid! Weiß nicht der Beistand! Weiß nicht der Beistand! Weiß nicht der Beistand! Und wegen des Zeitdrucks, ihr seid so scheiße! Oh nein! Oh nein! Oh es fehlt immer einer! Guckt mal! Oh nein! Nein! Wir spielen alle zusammen Gartitsfond! Was ist das denn, Dich? Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich gib dir mal kurz an Adresse für Blumen und... Wo ist hier Blumen und... ... wo ist hier Blumen und... Space Shuttle landet auf Gnou! Das ist nicht bei mir angekommen! Das ist nicht. Nicht? Nee. Da, ganz normal. Nase. Voll gut. Gnu wird von Rakete getroffen. Okay, okay. Ja, voll gut gemacht. War das das letzte, was wir jetzt gesagt haben? Boah, geil! Jetzt weiß ich, was ist das denn? Was ist das denn? Maluna rennt weg vor brennender Schultüte. Ja, ja, wir verbrennen Schultüte, man kennt sie, man kennt sie. Geil. Ich hab die Körnchen vergessen. Ja, das ist ja. Du wirst eine Schultüte. Die wirst eine Schultüte. Warte, warte. So kommt flexgnurent von brennender Schultüte. Weh! Ein brennender Schultüte! Ja, Entschuldigung, das ist mein... Von brennender Schultüte. Weh! 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 Brennende Schultüte, nice. Anni versohlt mental den Ass. Oh mein Gott. Der Ass. Boah, das war... Als wir uns mit Ass zeichnen sollen. Der Ass wird versohlt. Was ist denn das für ein Horn auf dem Arsch? Das ist der Abdruck. Anni macht Domina mit Matheos Arsch. Aber ich habe es im Original genau gleich versucht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Anni versolt Matheo den Hintern mit einer Feitsche. Alter, ich habe Arsch für zwei. Oh! Süß! Teufel Anni peitscht Ziegenmatheo aus. Ziegenmatheo? Ja, es sieht aus wie eine Ziege, ich dachte. Super gut. Super gut. Ja, das habe ich nicht gecheckt, I'm sorry. Wusste ich nicht. Das war aber Jens Spahn. Ja, danke! Jens Spahn beurteilt. Ach, krass! Ihr müsst jetzt Bild wegmachen. Es tut mir leid. Oh mein Gott! Was ist das denn? Ist Kunst! Wer immer jetzt meinen Text bekommen hat, der konnte das nicht weiterzeichnen, wenn ich nur zwei Wörter geschrieben habe. Ein Wort. Ey, gern gestehen Leute, gern gestehen. Gern gestehen. Wie geil! Hätten wir dich besser treffen können. Geil! Und der rasierte Hintern. Matteo hat mir einen langen Hansi-Schwein. Warum ist es wieder Matteo? Aber im Endeffekt hast du es bekommen. Oh mein Gott, stimmt! Am Ende hat er es bekommen. Oh mein Gott, es ist so gut, ey. Es ist so... Okay, Leute. Ah, super. Matteo ist los, dem Among Us. Ist los! Hey, warte mal, warte mal. Zeug aus dem Chat. Oh süß. Süß. Ich hab vergessen, wie die Dinge aussehen. Pickel, Matteo. Ahnungslose. Pickel, Matteo! Pickel! Pickel, Rick und Ahnungslose Gurke wollte ich noch schreiben. Ach so jetzt. Ich bin so... Ja, und ich hab aber Pickel geschrieben. Oh, wie geil! Und ich hab dann selber geschrieben... Ich hab dann selber geschrieben... Matteo hat Pickel und weint. Oh süß. Es tut mir so leid. Oh, wie traurig. I'm sorry für den nächsten Kommentar. Matteo ist hässlich und nicht stolz. Oh, warte mal. Toll. Oh, nicht stolz. Oha. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Entschuldigung. Nicht schlimm. Der Papst traut nen Ja. Ja. Okay, passt. Das kam bei mir an. Wie süß. Mein Gott, wie gut. Der Papst ballert sich ne 420 Jib rein. Also ich muss mir nicht was kippen. Da kam das Wort nicht durch. Geil, geil. Auch mit den roten Augen, ey. Wie gut. Ja, stimmt. Guck mal, war das... Perfekte Runde, wenn das jetzt durchkommt. Ja, und kreativ. Ich konnte aber nicht mehr. Ja, ich konnte leider mit dem Ende schreiben. Und dem Kreuz. Papst nimmt es. Hä? Nimmt es? Ich wollte... Ja. Ich wollte family friendly bleiben. Ich wusste nicht, was das für eine Runde gewesen ist. Ach so, ja klar. Okay. Ich wollte Substanz schreiben. Das ist ein gutes Ende, glaube ich, gewesen. Ja, ja. Ja. So, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr witzig. Das war sehr witzig. Ey, wir sind voll. Oh, mein Gott.